Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Dieser Kerl da vorne, der macht mich nervös Seit 20 Minuten versuche ich an ihm vorbeizukommen Warum lässt er mich eigentlich nicht? Da, da schon wieder zieht er auf die andere Seite Dieser Trottel Siehst du, der da oben schimpft, wenn du solchen Krach machst Der da oben hat es einen Hügel Aber unserem Slalomfahrer ist erschrecken in die Hose gefahren Er macht Platz und jetzt pass auf Jetzt putze ich ihn weg Oh, pass auf Tommy, da kommt einer Mann, das war knapp Tommy Ich dachte, wir wollen ein paar ruhige Tage im Hochland verbringen Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, du willst uns unbedingt in den Himmel bringen Abgesehen davon, dass du einen reizenden kleinen Engel abgeben würdest, Liebling Kannst du mal fünf Minuten dein Plapper-Mäulchen Was denn nun schon wieder? Mhm Ich halte mein Plapper-Mäulchen Oh Hurra Hurra, wir haben einen Plan Und keine Tankstelle in der Nähe, sicherlich nicht Und wie ich den verdammten Laden hier kenne, haben wir auch keinen Wagenheber und auch keinen Reserve-Reifen Und wenn wir einen Reserve-Reifen haben, dann hat der Reserve-Reifen ein Loch Und wie schön, dass es donnert und wie schön, dass es blitzt Was machen wir jetzt? Kleines, kluges Hühnchen? Mhm Erst einmal mein Plapper-Mäulchen wieder auf und dann Du wirst aussteigen müssen, Tommy, wenn du den Reifen wechseln willst Ach, nee Warten wir eine Weile Vielleicht hört sie mal auf zu regnen Mhm Kann sicherlich Fragt sich nur, wann Ja Naja, gut Steigen wir aus Wir? Wieso wir? Ja, dachtest du, ich kann den Reifen alleine wechseln? Du kannst Du willst nur nicht Okay, okay, okay Ich mach's ja schon Also, bis dann Und wenn ich ersaufe Was sagst du, Liebling? Ich sage, wenn ich ersaufe, schreibe mir wenigstens einen guten Nachruf Ja, Tommy, versprochen Ich werde schreiben Tom Pauley, der Sensationsreporter des Daily Telegraph, war dem Ungeheuer von Loch Ness auf der Spur Noch bevor er sein Ziel erreichen konnte, ereilte ihn sein Schicksal Er ertrank beim Reifenwechsel Ob auch hier Nessie seine Hand im Spiel gehabt hat Tom Tom, was ist denn? Was ist passiert? Ich blieb mir der Nase im Dreck, dieser tägliche Ersatzreifen ist mir um fünf gefallen Mist, verdammter Aber ich glaube, es ist nichts gebrochen Es tut mir sehr leid, Prinzessin Mach den Mund zu, Tommylein, dein Herz wird kalt Also, Irene, wirklich Du solltest mir dankbar sein, du verpennst die schönste Zeit des Tages und vielleicht eine Bomben-Story Gott, ich weiß nicht Du hast hoffentlich einen Film in deiner Kamera Nein, nein, natürlich nicht Mein Frühstücksbrot ist da drin Sag mal, du scheinst wirklich diesen Unsinn zu glauben Nessie, das Ungeheuer Ob da nun etwas im See ist oder nicht, Dr. Morgan und Mr. Stockton sind absolut sicher Und ich habe auch keinen Grund daran zu zweifeln Ich lag mich kaputt Da, da draußen auf dem See Ich bin ja auf, das ist doch einer deiner ganz dummen Tricks Ich schwöre dir, ich habe was gesehen Dr. Morgan Nessie, was ist denn? Ich habe Nessie gesehen Es sah aus wie eine riesige Schlange, die senkrecht aus dem Wasser stieg Ach, wirklich? Wo denn? Dort Dort drüben, ungefähr 300 Yards von hier Ach, dort drüben Das ist allerdings interessant Kommen Sie an Bord, schnell Nehmen Sie mich mit Los doch, Stockton, beeilen Sie sich Stocken Sie Bin schon dabei, Sir Billy, setz dich in Okay, Dr. Morgan Oh, Bill Cattenbury hat Platz genommen Billy Cattenbury? Der Sohn des Lord Cattenbury? Ja, ganz recht, das ist der Sohn des Grafen Darf ich mich zu dir setzen, Billy? Aber klar, Sir, bitte Was meinst du, Billy? Ich glaube, die wollen uns zum Narren halten Mit ihrem Seeungeheuer, hm? Nö, wieso denn? Hast du Nessie denn schon einmal gesehen? Och, schon oft Dr. Morgan wird es gleich orten Ich sage Ihnen, das ist spannender als ein Krimi Miss Fox, war es hier in der Gegend? Ja, es könnte sein Kommen Sie zu mir Ich schalte das Echolot ein Ja Das sehe ich mir an Habe ich es nicht gesagt? Jetzt geht's los Hey, Billy, was hast du vor? Wenn Dr. Morgens Echolot etwas anzeigt, werde ich tauchen Ich möchte, dass Sie endlich einmal aus der Nähe sehen Oh Gott, lauter Spinnen Haben Sie schon was, Dr. Morgan? Ich habe es Hier, Miss Fox, sehen Sie Das Echolot zeigt ein Objekt an Tatsächlich Es ist ungefähr 150 Yards unter uns Und sehen Sie, das Objekt ist etwa 30 Yards Ich steige nicht noch einmal ins Wasser Wenigstens jetzt nicht Quatsch Nessie hat noch nie jemanden angegriffen Könnt jetzt sofort tauchen und beweisen, dass Nessie ganz harmlos ist Du bleibst, wo du bist, kleiner Lord Vielleicht ist Nessie jetzt munter geworden, weil es ahnt, dass die Presse anwesend ist Das könnte doch sein, Dr. Morgan Na, Sie glauben doch nicht, dass wir hier irgendetwas inszenieren, um uns bei Ihnen interessant zu machen Wirklich nicht? Ich denke, wir kehren an Land zurück Ohne Sie können wir besser arbeiten Tommy, du solltest dich schämen Dr. Morgan Ja, musst du schämen mich Aber ich schäme mich erst dann, wenn wir wieder an Land werden Dr. Morgan Was ist los, Billy? Da, sehen Sie doch Da schwirkt noch etwas Tatsächlich Sieht aus wie eine Leiche Ich fahre näher ran Ich halte das im Kopf Auf einem Verkehr ist das hier wie auf einem Hauptbahnhof Aber Leichen, Leichen interessieren mich Die halten so schön stehen, wenn man sie vor dem Kaffee Tommy, bitte Was ist denn, Toter? Das ist erschrecklich Da Ihm fehlt ja ein Bein Oh, Gott Leg ihn auf den Boden Also Jetzt Verdammt, ist der schwer Hilf ihm doch mal, Tom Ja Das sieht aus Als wäre er in eine Schiftschraube geraten Nein Es ist ihm abgebissen worden Du musst deine neugierige Nase auch in alles stecken, hä? Vielleicht erzählst du uns auch noch, das war der weiße Hai Tom, du bist unmöglich Was sagt er auf solchem Quatsch? Meine Güte, wenn ich daran denke, dass mir das auch hätte passieren können Wir fahren zum Schlosshotel zurück Ich glaube, ich werde nie wieder im See tauchen Der Mann ist schon längere Zeit tot Sonst wäre er nicht nach oben gekommen Sind Sie ganz sicher, Dr. Morgan, dass Sie ihn nicht so zugerichtet haben? Na, hören Sie Sie täuschen sich, Mr. Forley Das ist ein Fischer Wenn er ein Fischer ist Ja Kommt er aus den Dörfern am See Und dann wird er irgendwo vermisst Das lässt sich klären Richtig Wir müssen nur ein wenig herumfragen Irene Die Polizei muss, das ist ihr Job Ach, es gibt doch wahrscheinlich genügend Leute, die diesen Mann identifizieren können Und wenn er von hier ist, dann müsste doch auch Billy ihn eigentlich kennen Billy Billy Wo ist denn der Junge? Wo soll er schon sein? Er wird nach unten gegangen sein, um die Fische zu füttern Kein Wunder, wenn ihm übergeworden ist Nach unten? Nein, das hätte ich gesehen Billy muss etwas passiert sein Entweder ist er über Bord gefallen oder Nessi Nein, nein Weiss Weiss Wie wir 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 Vielen Dank.